Nein, früher ist es eingesuert worden, so hölzene Schaffeln und da war ein Deckel und Holzschrauben, die hat mir das fest zusammengedrückt dann. Und das war dann ein Suhrfleisch praktisch. Das Grat hat man auch so gemacht, einmal als Buben, die die Füße gewaschen, dann haben wir das Grat eintreten, in Gratschaffeln. Es hat auch, dass der Saft gekommen ist, da hat man auch einen Deckel draufgegeben und da hat man sich das Grat geholt, das Sauergrat vom Keller. Und dann waren auch die von den Wieren und vom Fleischhackern die Eisdäuche, waren da, wenn es Eis so dick war, haben sie es runtergebrochen in so vierkant. Und dann haben sie dann im Sommer die Gefrierkehler zum Kühlen fürs Getränk und das Fleisch und das. Das Einkochen ist später erst gekommen, das hat man dann haltbar gemacht, durch das Hitzen zuerst. Dann sind dann die Gefrieranlagen gekommen, wenn man eine Kühlung gehabt hat.